Hallo, in diesem Video soll es um die Zustandsgleichung idealer Gase gehen. Dieser Ring hier stellt ein Gas, zum Beispiel Luft, in einem abgeschlossenen Raum dar. Ihr kennt bereits zwei Gesetze, die dann gelten. Das erste hat was mit der Temperatur des Gases zu tun. Es lautet nämlich, das Volumen V geteilt durch die Temperatur T ist immer konstant. Diese Gleichung kennt ihr schon unter dem Namen Gesetz von G. Lysak. Das Gesetz gilt, wenn der Druck im Gase ist. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com